Ja, eyyuhallabina amanu, kutiba alaikumussiyam, kutiba alaikumussiyamu, kama kutiba alaallabina min qabrikum, laallakum tattakun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Kommen wir heute zu den weiteren Vorzüglichkeiten des Fastens. Im letzten Teil haben wir drei genannt. Und schauen wir mal, wie viel wir heute schaffen. Viertens, er sagt, die Vorzüglichkeit des Fastens, beziehungsweise des positiven Hungerns ist, an la yansa bala allahi wa'adhabah, dass er die Prüfung und die Versuchung Allahs und seine Strafe nicht vergisst. Was ist damit gemeint? wa la yansa ahl albala, also dass du die Leute, die geprüft werden durch das Hungern, nicht nur im Ramadan, sondern über das Leben hindurch und die Strafe Allahs, weil Hunger ist eine Art Schmerz. Dass du das Jahr nicht vergisst, durch das Fasten. fa inna shab'ana yansa al-ja'i'a wa yansa al-ju'a. Er sagt, denn derjenige, der ständig satt ist, 365 Tage im Jahr, was passiert? Yansa al-ja'i'a, er vergisst die Leute, die hungern, wa yansa al-ju'u und er vergisst den Hunger. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das Fasten erinnert dich, schau mal, da gibt es etwas, das heißt Hunger. Er sagt, und der Diener, der aufgeweckt ist, der mit lebendigem Herzen durch die Welt läuft, jedes Mal, wenn er eine Versuchung sieht oder eine Prüfung, was passiert? Mit der anderen geprüft werden, das erinnert ihn an die Prüfung und an die Versuchung und an die Strafe des Jenseits. fa inna shab'ana yansa al-ju'u, wenn er dann durstet, denkt er an die Durstenden, die ständig dursten. fi arasatil qiyama, oder an die Durstenden, die am Tag der Auferstehung dursten werden, denn jeder, der aus seinem Grab herauskommt, wird extremen Durst und Hunger verspüren. wa min ju'ihi ju'a ahlin nar und wenn er hungert, denkt er an den Hunger der Höllenbewohner, wie sie hungern und nach Speise und Getränken rufen, aber ihnen wird nicht gewährt werden. Also die vierte Vorzüglichkeit, dass du die Leute nicht vergisst, dich ständig hungern und es erinnert dich auch an die Strafe Allahs und an das Jenseits. Die fünfte Vorzüglichkeit, kasru shahawati wal ma'asi kulliha, das ist eine der heftigsten Vorzüglichkeiten oder der schönsten Vorzüglichkeiten, gerade für die Jugendlichen. Er sagt, kasru shahawati wal ma'asi kulliha, dass du dein Gelüst zerbrichst, die dich zu den Sünden rufen. wal istila'u a'lan nafsil ammarati bissu und dass du deine Nefs, deine Seele, die dich zum Haram ruft, dass du sie bezwingst und im Griff hast, wenn du nicht erlaubst zu trinken und nicht erlaubst zu essen und wenn du verheiratet bist, nicht erlaubt Geschlechtsverkehr zu haben, dann wirst du sie erst recht davon abhalten können, zum Haram zu gehen. Und deswegen sagt er, kasru shahawati, du zerbrichst dein Gelüst. fa inna mancha al ma'asi kulliha as shahawatu wal quwwah Denn er sagt, der Ursprung der Sünden ist was? Ist dein Gelüst und deine Kraft, die du hast. Ist ja klar, wenn du Reisen tust für die Sünde, das heißt, du hast Kraft und dein Gelüst ist stark. Wenn du aber jetzt durch das Fasten deine Schahawat zerbrichst und deine Kraft schwächst, was passiert automatisch? Du sündigst nicht und das ist sehr, sehr schwer. Und das ist eine sehr schöne Vorzüglichkeit des Fastens. Und darauf wies der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch hin. Er sagt, es ist besser für dein Geschlechtsteil und lässt dich eher deine Augen senken, also nicht zum Haram zu schauen. Und die Substanz der Kraft und der Gelüste ohne Zweifel sind die Speisen und die Getränke. Aber durch das Fasten gibt es weder Speise und weder Getränke. Das heißt, es gibt kein Gelüst und keine Kraft. Und somit kann man auch dann weniger oder sehr, sehr schwach sündigen. Er sagt also, wenn man es verringert, das Essen oder Trinken, was passiert? Man schwächt automatisch jede Art von Schahwa und jede Art von Kraft. Und deswegen ist über den Vorfahren, tugendhaften Vorfahren überliefert, dass sie ständig oder sehr oft gefastet haben. Und das ist eine sehr schöne Nasieha des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an die Jugendlichen. Und der Autor hier bestätigt das mit seinen Worten. Die sechste Vorzüglichkeit des Fastens. Man schläft weniger und man schafft es auch etwas in den Nächten durchzumachen, indem man sich mit dem Gebet beschäftigt oder mit dem Wissen. Er sagt, wer sich satt isst, der muss danach auch viel trinken. Und wer viel trinkt, so muss er auch danach viel schlafen. Also eins ruft das andere hervor. Und wir kennen das alle, wenn wir uns satt essen, wie müde man wird. Danach, er sagt, wenn du dann auf einmal viel schläfst, so ist dein Leben, geht zugrunde oder einen großen Verlust erleidest du, wenn du viel schläfst. Also dein Leben geht zugrunde. وَفَوْتُ تَهَجُّدِ Und قِيَمُ الْلَيْلِ entgeht, wenn du die Nacht durchschläfst. وَبَلَادَتُ تَبْعِ Deine Persönlichkeit oder deine Charaktereigenschaften sind sehr träge. Mit denen kann man nichts anfangen, wenn du ständig satt gegessen bist und satt getrunken und satt geschlafen und allen gelüsten freien Lauf hast, mit dir kann man nichts anfangen. Du bist einfach schwer und gesättigt. وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ Und das ist klar. Und die Hartherzigkeit. Und das erwähnen sehr, sehr viele Gelehrten, die sich wirklich mit dem Nafs und mit der Seele beschäftigen, dass das viele Essen Hartherzigkeit hervorruft. وَالْعُمُرُ أَنْفَسُ الْجَوَاهِرِ Er sagt, das alles willst du machen und dein Leben ist die kostbarste Perle oder so ein kostbarer Juwel. وَهُوَا رَأْسُ مَالِ الْعَبْ Und das ist dein Grundkapital. Also deine Zeit beziehungsweise dein Leben ist dein Grundkapital. Also wie kannst du dich voll essen und dann voll trinken. Dadurch rufst du das viele Schlafen hervor. Dadurch wird dein Charakter immer schwächer und unbrauchbarer, sage ich mal. So bist du nutzlos. وَالْنَوْمُ مَوْدُ sagt er, klar. Er sagt, und der Schlaf ist der Tod. Und im Hadith heißt es, dass der Schlaf der Bruder des Todes ist. فَتَكْثِرُهُ يُنْقِسُ الْعُمُرُ Er sagt, so ist das viele Schlafen ein Verlust deines Lebens. Also es reduziert dein Leben und somit kannst du auch weniger gute Taten verrichten. Dann kommen wir zu Vorzüglichkeit Nummer 7. Er sagt, تَيْسِرُ الْمُوَاذَبَةِ عَلَ الْعِبَادَةِ Es wird dir leichter fallen, ständig und beharrlich fleißig deine gottesdienstlichen Taten zu verrichten. Freiwilliges Qiyam-u-Leil, freiwilliges Qur'an lesen, freiwilliges Fasten wird dir leichter fallen mit dem ständigen Fasten. Weil du bist im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Und damit fällt es dir leicht, alle anderen Taten zu verrichten. فَإِنَّ الْأَكْلَ يَمْنَعُ مِنْ كَثَرَةِ الْعِبَادَةِ Er sagt, denn das Essen oder das viele Essen hält dich von den vielen gottesdienstlichen Handlungen ab. وَلَاُصَرَفَ الْمَرْءُ وَأَوْقَاتَهُ الَّتِيَنْ شَغْلُ بِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَمَا يَلْزَمُهَا Er sagt, und wenn doch der Diener seine Zeit ausgeben würde oder aufwenden würde, die er so ausgibt im Speisen und Trinken وَمَا يَلْزَمُهَا und was damit zusammenhängt, du musst ja einkaufen gehen und dann kochen und dann abwaschen und dann essen und dann dich ausruhen. Er sagt, diese ganze Zeit, wenn er diese وَالصَرَفَهَا وَالْمُنَجَاتِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ wenn er sie doch aufwenden würde für das Zikr und die Dua und alle anderen gottesdienstlichen Handlungen وَالْكَثُرَ رِبْحُ würde sein Gewinn sich vermagen وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَتَعَذَّرُ بِكَثْرَةِ الْأَكْلِ Und von den Dingen, die unmöglich werden, wenn man viel isst und viel trinkt und allen Gelüsten freien Lauf lässt, was sehr schwer fällt oder es man gar nicht praktizieren kann, wenn du so ein Mensch bist, Assam, das Fasten. Du wirst es nicht schaffen und wir kommen zu den nächsten Punkten, dass das dann zu deiner Gewohnheit wird, viel essen, viel trinken, viel schlafen, viel essen, viel trinken, viel schlafen, es wird dir sehr schwer fallen, freiwillig zu fasten. Und wir sehen das auch im Pflichtfasten, wenn der Ramadan eintrifft, dass sehr viele Muslime oder Geschwister ihnen es schwer fällt und teilweise sogar in Ohn macht fallen. Warum? Weil elf Monate lang gewohnt, Essen, trinken, Essen, trinken, immer satt, satt, satt. Jetzt kommt ein Monat, wo auf einmal alles entzogen wird, sie schaffen es nicht. Das war die siebte Vorzüglichkeit in dem nächsten Teil dann, die letzten drei und damit haben wir dann zehn Vorzüglichkeiten des Fastens erwähnt. Das war die Welt. Und alhamdulillahi Rabbil Alameen.